Anlagen nämlich vergessen machen, allerdings ohne Thorsten Ziegner, Trainer von Eckart, die ihn wegen Disziplinlosigkeit in die zweite Mannschaft verbannt. Eine Denkpause, die der Mannschaft offenbar ganz gut hat. Aber beim FC Kanzai es besteht Anwesenheitspflicht und so hat sich der Gescholtene ganz oben im Wolkenkuckucksheim ein ruhiges Plätzchen gesucht. Für ihn durfte René Eckart ran, den die Einladung in die U20-Nationalmannschaft von Horst Rubesch sicher viel Selbstvertrauen gibt. Dritte Spielminute, Freistoß Jena Orlando und Timo Nordsch mit dem ersten Wachmacher am frühen Abend. Theo Schneider betreut seit fünf Jahren den Dortmunder Nachwuchs. So schlecht wie es zur Zeit unser 19. Tabellenplatz ausdrückt, sind wir nicht. Freistoß Borussia durch Tyrala und mit dem Kopf Jörn Neumeister, das 1 zu 0 für die Gäste. Sechste Spielminute, völlig unbedrängt kommt da Neumeister zum Kopfball. Aber Jena unbeeindruckt. Druckenbrot auf Eckart und der tanzt Nedim Hasan Begovic aus. Die Eingabe Lokemiya, der Ausgleich. Nach 297 Minuten ohne Tor darf Jenas Anhang wieder jubeln. Starke Vorarbeit des Youngsters und Assani Lokemiya mit seinem ersten Saisontreffer. Danach investierte seine Mannschaft nicht mehr viel. Der Dortmunder Nachwuchs wäre nach 44 Minuten fast wieder in Führung gegangen. Doch der Ex-Magdeburger Christopher Kullmann rutscht am Ball vorbei. Erster Aufreger in Halbzeit 2, diese Szene. Laufduell zwischen Orlando und Eggert. Eggert zupft und zieht. Hier hätte man auch Strafstoß pfeifen können. Gut eine Stunde vorbei. Freistoß Dortmund und gute Chance für Uwe Hünemeyer. Dem Kapitän der Gäste rutscht der Ball über den Scheitel. Torhüter Mülle aufmerksam. Nicht einfach für ihn die Situation. Eggert mit viel Platz auf der rechten Seite. Gute Flanke, starker Kopfball. 2 zu 1 Jena. Marco Riemer seit sechs Minuten im Spiel erzielt den Siegtreffer für den FC Carl Zeiss. Jena nach dem Erfolg heute aus dem Niemandsland wieder auf dem Weg nach oben. Mit leichter Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Auch wieder Gutmachungskurs ist auch Dynamo Dresden. Schließlich muss die Mannschaft von Rüth Kampel...